Und hallo und schön zurück. Willkommen, wie auch immer. Ey, ich versuche hier gerade diesen Mist zu schaffen. Aber es klappt nicht so ganz, weißt du? Wie soll ich denn diesen Mist hinbekommen? Gordon, du kannst nicht mal laufen. Oh Mann, oh. Ich finde sowas so nervig, ey. Echt. So, jetzt wieder hier mit. Ach Mann, die sehen einen aber auch aus jedem verkackten Winkel, ne? Oh Scheiße. Ich finde diesen Scheiße, kaputt. Kann mir das mal einer verraten, wie ich das kaputt kriegen soll? Heil mich! So, und auf ein neues. Täglich grüßt das Mobeltier. Irgendwann schaffen wir es auch mal. Gehen rein, bereich. Scheiße. Scheiße. Ich kann nichts sprechen. Ich kann nichts sagen. Das ist Gordon, wie man ihn kennt. Hier ist ein Medikit. Danke. Oh nein. Leute, ich habe nicht mehr viel Energie. Wie soll ich das hier alles hinbekommen? Auf geht's. Komm, Ball. Das war dann die nächste Fuhre. Ich habe jetzt langsam aber sicher echt keine Energie mehr. Oh nein. Hier, flicke ich zusammen. Wunder. Oh. Leute, könnt ihr nicht schießen? Mann. Ich habe keine Nerven mehr. Also ich habe keine Lust, jetzt nochmal dann zurückzulaufen. Sonst kriege ich wirklich die Motten. Hinter dir! Geh jetzt hinter mir. Wo? Ich dachte, du solltest uns helfen. Ich bin verletzt. Oh. Oh. Nimm das Medikament. Du solltest eigentlich warten, bis alle an Bord sind. Oh. Ich hab... Och man, Leute. Ihr übertreibt es echt. Geh zurück zu Bani und hol noch eine Gruppe. Ist das hier Zeitverschwendung? Wie oft soll man das noch machen? Ja, ne, mal im Ernst. Wie oft soll ich das denn jetzt hier noch machen? Ich hab bald nix mehr hier an. Effektiver Gegenmaßnahme. Mein Gott, ey. Also ich glaube, wenn dieses Kapitel jetzt gleich beendet ist, irgendwann mal, dann werde ich das Let's Play für heute beenden. Ich bin müde. Oh, wo? Oh. Durchkontakt, durchkontakt Du bist auch schon Einzelkämpfer da, ne? Noch jemand? Also wenn jetzt hier keiner kommt, könnte ich mal gerade vorsichtig nach hier oben gehen und gucken Genau, nach Munizioni Super Schnell weg, schnell weg, schnell weg Die nächste Gruppe ist bereit Haben wir es danach Wieder oben Auf geht's Man, 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 Leute Also das finde ich wirklich ein bisschen nervig Ach guck mal, stimmt, da hinten ist ja was frei geworden Könnte ich ja nachher mal gucken Was dahinter ist Aber bestimmt ist das nur so eine Abstellkammer Für Für Gegner Und runter hier, Freunde Kommt Ach, hier liegt immer wieder neues Zeug drin Ah Zurück, Doc Hilf doch erstmal die anderen in Sicherheit zu bringen Fuck Fuck Wie böse die auch guckt Als hätte ich noch nichts getan, ne? Und du lachst, ey Wir sind bereit für die nächste Gruppe Ja, super Wie toll, ihr alle bereit seid Und ich bin der Dummkopf, der immer durch den Kugelhagel rennen muss Also wirklich Und verschämt eigentlich Ach, das ist jetzt wieder zu Auch interessant Ich hoffe, wir haben es bald mal gerecht Ist das denn für ein Verein? Zu den Zügen, Leute Wir bringen euch schon heil dorthin Voll in die Eier Kommt hier ein bisschen Slalom laufen, Leute Hätten wir wohl hinbekommen Da waren doch Zivilisten, weil die jetzt auch schon wieder kaputt sind, oder? Oben Oder oben Da hinten Da haben wir schon gewonnen Gut, ich hätte schon gewonnen Schöne Das ist ja Das ist ja Das ist ja Das ist ja Wir haben uns 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 Der steht da rum. Ach, guck mal, jetzt ist sie weg. Offenbar haben wir es jetzt endlich, endlich geschafft. Mano, mano, man. Da guckst du, wa? Ah. Wie nervig, oder? Ladedaten. Mein Gott, ey. Also, tut mir leid. Das hat mir jetzt aber nicht so viel Spaß gemacht. Los, Barney, dich lassen sie in Ruhe. Wir beide lenken sie ab, während du die anderen von hier wegbringst. Danach suchen wir uns einen anderen Zug. Na, okay. Aber mach bitte schnell, ja? Räumen wir jetzt dieses Gleis frei. Ja, nimm das Mediket. So, gut. Was sollen wir machen? Das Gleis freiräumen? Ciao, Barney. Viel Glück. Man sieht sich da demnächst. Da fährt er weg, der Barney. Und wir müssen uns hier weiter durchkämpfen. Wohin wird uns der Weg noch führen, in diesem Spiel? Ich fange mit dem nächsten Zug an. Die Zeit drängt. Komm, Mädchen, mach voran. Die Zeit scheint ja sehr zu drängen. Ach so. Gehen wir weiter. Ja, jetzt zieht es sich gerade ein bisschen Zeit, nochmal einen Schluck zu trinken. Oh, wir haben schon fünf nach zwei. Da muss ich jetzt wirklich aufhören. Was ist denn hier jetzt los? Ach du Schande. Ist das hier aber die Helle los? Oh, ja, boi. Mano, mano, mano. Was ist denn hier jetzt los? Die misst mich ja schon wieder ein. Mist, ich muss da oben lang. Boah. Ui. Oh, nee. Nicht hier schon wieder. Hallo, ich stecke fest. Hallo? Ah. Hä, das Viech hatte mich festgehalten. Auch nicht schlecht. No. Jetzt müssen wir bestimmt so ein Viech da kaputt machen, ne? Scheiße. Was sollte das denn jetzt? Ich stehe doch total hier hinter. Fuck. Oh, ich kriege die Obenkränze. Ah. Nein, darunter geschossen. Oh, Volltrottel. Nein. Ey, ich... ...glaub es nicht. Was haben wir denn da? Ne, das ist aber unfair jetzt. Wo bin ich denn hier gelandet? Mach schon, Mist. Toll, ganz toll. Komm, mach mich kaputt. Mach mich kaputt. Mach schon. Danke. Ey, so ein unschwerer Mist. Was am besten, mach ich das schon mal jetzt. Damit es nicht gleich in die Luft geht, wenn ich da rumhantiere. Nicht wahr? Schlau, Herr Roman, bin ich. Scheiße, geht der kaputt. Scheiße, geht der kaputt. Ich erinnere mich, glaube ich, dass es total viel war, was man gegen die paar ballern musste. Ich glaube es nicht. Boah. Ui, 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 ui. Ey, 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 ey. Oder so. Geh weg da. Ich kriege die Grenze. Oh, ich überziehe gerade die Folge, kann das sein? Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Kommt, Leute, ist mir jetzt auch scheißegal, wie lange die Folge jetzt hier ist. Ich versuche, diesen Mist jetzt gerade noch zu Ende zu kriegen. Okay. Also das möchte ich gerade noch versuchen. Vielleicht wird diese Folge über länger haben. Ich weiß es nicht. Aber dann gebe ich für heute zumindest auf. Okay. Das ist aber auch eine Scheiße, oder? Der soll diese Scheiße da raus machen. Ich kriege sie. Ich bin angespannt langsam, aber sicher. Jo, jetzt fährt er noch da runter, der dumme Kopf. Bin ich jetzt gefangen hier wenigstens? Ja, da kannst du stöhnen, Gordon. Es ist scheiße, was du hier machst. So, pass auf. Komm, lauf doch. Nee, noch nicht. Jetzt aber. Nee, ich habe vergessen, dieses Teil da kaputt zu machen. Na, Glück gehabt wenigstens. So, wie kriege ich denn diese Minen jetzt kaputt? Ohne, dass ich die da noch total lange rauszunehmen. So, wie kriege ich es? So, wie kriege ich das? Was ist das? Das ist nicht fair. Es ist nicht fair. Wo zum Teufel muss ich denn jetzt hin? Ey, was kann... Das kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit getroffen werde hier. Komm, hol dir mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh ne, da ist eine Leiter. Das ist unfair, wirklich. Aha, oh toll. Wie soll ich das Vieh von hier aus kaputt machen? Ach so! Ich könnte kotzen. Ah. Ja, immerhin, ne? Ist ja schon mal nett, dass ich hier hin darf. Das ist sowas von unfair. Das feuert ja ohne Unterlass. Das ist echt super unfair. Ich hasse ihn jetzt. Guck mal, wie der auf mich draufballert. Bis zum nächsten Mal. Ich schau'fred. Ich habe keine Munition mehr. Das tut mir leid, das regt mich so was von auf im Moment. Das ist mit der sprichwörtlichen Ruhe und Gelassenheit vom Kajos echt vorbei. Es gibt nicht viel, was mich aufregt auf dieser Woche. Sowas regt mich auf. Trifft mich auch echt immer wieder eins. Wenn doch. Jetzt drücke ich auch noch die falschen Knöpfe. Jetzt geh doch kaputt, Mann. Oh. Ich glaube es nicht. Was für eine Scheiße, oder? Jetzt habe ich aber auch die Schnauze vorne. Ich gehe jetzt noch schön zum nächsten Abschnitt. Ich hoffe, dass ich nicht abkratze. Jetzt kann ich ja bestimmt in den Zug rein oder sowas. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oder geht es da hinten auch wieder runter? Ich weiß es gar nicht. Mensch. Das hat mich jetzt aber echt aufgeregt. Dabei habe ich doch... Ach, guck mal, ich kann hier auch runter. Ich hätte hier die ganze Zeit runtergekommen. Ja. Na. Hat mich auch echt den letzten Nerv gekostet. Nee, nee. Moment mal. Ganz langsam. Oh no, wo sind wir hier? Hm. Wo sind wir hier rein, oder was? Ach so. Das wäre es. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Guck mal, wie sie guckt. Das wäre es. Wir haben es geschafft. Ähm, du wiederholst dich, Alex. Du wiederholst dich. Was war es, Alex? Das wäre es. Wir haben es geschafft. Uh. Da guckt sie. Welch ist das ja schon das Ende? Dieses... Dieser Episode 2. Äh, Episode 1. Oh nein. Die Übertragung geht raus. Was heißt das? Oha. Was ist hier los? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das sieht schlecht aus. Oh, Scheiße. Das sieht schlecht aus. Verdammt. Ah. Das war schon Episode 1. Das war schon Episode 1. Ja, gut, okay. Dann ist Episode 1 jetzt fertig von Half-Life 2. Ach, das war aber kurz, was war das? Gesamtspielzeit von 6 Stunden oder so. Ach, 6 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, irgendwie sowas. Ja, vielen Dank, ihr vier Leute, die ihr mir regelmäßig zugesehen habt. Das fand ich echt nett von euch. Freut mich auch, dass euch das gefallen hat. Und natürlich werde ich auch Episode 2 spielen, aber ich weiß noch nicht genau wann. Ich denke nicht, dass ich Episode 2 jetzt direkt im Anschluss spielen werde, sondern jetzt kommen erstmal noch ein paar andere Sachen. Ich habe da noch ein paar andere Ideen. Ja, ich denke, wenn ihr hier dieses Video seht, dann werde ich an dieser anderen Ideen ein Online-Spiel schon veröffentlicht haben. Und ja, werdet ihr dann auch sehen, wie das läuft. Und als nächstes möchte ich eigentlich gerne Fallout 3 mal spielen. Ich weiß nur nicht, ob es bei mir läuft. Das Problem ist, es gibt ja auch keine Demo und so weiter. Aber ich wollte mir die Version aus Österreich bestellen und dann gucken wir mal, ob wir das spielen können. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Was soll ich sagen? War halt Half-Life, war nur ein bisschen wie Zusatzlevel. Mehr jetzt nicht unbedingt. Aber gut. Oh, was ist das? Oh, da ist ja noch was. Oh, kann ich nichts sehen? Oh, das ist das Absicht, dass ich jetzt nichts sehe. Hallo? Hallo? Das war aber seltsam. Dannern. Okay. Das war's. Genau.